nicht ja da nicht ja da ton ist auch da sehr gut aus wir spielen heute die bcbolts demo die ist zwar schon von einer weile rausgekommen aber war noch nicht dazu aber ich wollte das schon länger einfach mal im stream machen mal ausprobieren wie sowas ist in den demo zu spielen bis zu einem punkt wo es halt einfach nicht mehr weiter geht stelle ich mir auch ganz gut vor so ein bisschen kurzweiliger als sonst wenn man so wenig streamt dauert es manchmal ewig um irgendwie ins spiel reinzukommen und wenn man dann irgendwann die lust verliert das ist immer ein bisschen schade aber wenn es von vornherein eine demo ist dann kann man auch sagen ja sorry ich habe nur die demo gespielt im stream den rest mache ich privat und dann bin ich auch nicht an zeitplan gebunden aber ich konnte trotzdem mal was zeigen und vielleicht sogar dem dem spiel an ein zwei leute an popularität zuträglich sein aber anyway wir gehen los wir gehen rein es geht los es ließ mich leider widerlich oh junge geht mit controller nice dann kann ich die maus hier komplett wegnehmen ein bisschen verwirrend dass es so schräg ist aber geht schon eine katze und ein maus oh mein gott hehehe go brrrrrr danke schön sehr lieb ehm ehm oh mhm gameboy Forest Robot Das ist ein ganz cooles Feature Forest Robot finde ich persönlich ganz angenehm Noa sieht auch ganz cool aus Aber ich glaube das ist mir auf Dauer zu monoton Das ist mir glaube ich zu krass Spring Das ist mir zu blau Ich glaube ich bin ein Forest Robot Adafrog, Adafrog, okay Okay, ich nehme Adafrog Flushing Effects, ja, Camera Motion, ja Scrolling Effects, ja Victory Option Enables an Option during Games to instantly win Oder Frage ist Abo verschenken, selbst abonnieren Abo verschenken ist nicht selbst abonnieren Ich glaube du kannst auch nur ein Abo schenken Der Abo verschenken Button kommt glaube ich auch nur wenn du schon abonniert bist Das heißt wenn du diesen Knopf passt Sollte das bedeuten, dass du bereits ein Abo hast Hat dir vielleicht jemand eins geschenkt oder hast du einfach nur vergessen, dass du subscribed hast Ich bin abonniert, I don't know, also wenn du die Option hast Ansonsten sollte der Button eigentlich immer abonnieren anzeigen oder halt wenn man schon abonniert ist, dann heißt es Abo verschenken So rich, dass ich vergesse, was ich kaufe, I guess Ich kann ja mal kurz einen Blick reinwerfen Gucken, ob ich das jetzt auch die Schnelle finde Wo ist das denn? Das hier Community Community Wüsen Ähm Ich weiß nicht wo ich diese Informationen finde Zu Erhöhen Gottdamit Wo sehe ich denn meine Abonnenten? Ja, egal, ich kann es dir gerade nicht sagen Warte, hättest du denn nicht irgendwie einen Namen davor? Äh, so ein Icon davor? Äh, vorher Ne, du hast scheinbar noch kein Abo Zumindest jetzt gerade keins Hm Ja Das, das steht in deinem Profil tatsächlich Vorher einen Monat abonniert Aber scheinbar bist du jetzt nicht mehr, weil ich könnte dir ein Abo schenken Auch wenn das, ähm, bedeuten würde, dass ich einfach nur Jeff Bezos Geld gebe For free Oh mein Gott Jetzt hast du Jeff Bezos Geld gegeben Für einen Monat So, aber gehen wir jetzt zurück ins Spiel Vielen Dank Hab ich Talismus gewinnt Okay Äh, Victory Option Lass ich glaube ich erstmal raus Spot Speed Default Ja, lass ich mal Autosave Default Auto Mode Äh, kann man bestimmt später nochmal checken Speed Run Clock Für ne Demo Aber interessant, dass es das gibt Das, das, das ist ganz cool Okay Äh, wir fangen an Ah, da Besseres Grün gibt's nochmal nicht Nein Ach Gott, dammit Ich hab keine Nase Ja, klar Keine Nase Sehr gut Kann seine Nasenfarbe einstellen Ja, das ist das Äh, ist Keine Bright Pinke Haut Also, ja Ja, das ist schon sad Es ist auch keine Möglichkeit Meine grünen Bäckchen zu geben Ah, aber hier mal schauen Okay Ähm Ich glaub dabei bleib ich Aber Das ist doch Oder hier Das, das ist die richtige Farbe So, und dann noch Naja, in einem etwas abgeschwächteren Grün Hallöchen, ach hallo, Ei Honey Lange nicht mehr gesehen Hauptsächlich meinetwegen Wie geht's Was hast du gemacht Du hast die letzten beiden Male Äh, Fitness Souls verpasst Leider Aber die, das, das, das Vorletzte Mal war auch nicht sehr Ereignisreich Ich bin einfach nur Tausendmal an Battle of Chaos verkackt Und hab den Stream wieder beendet Das war Vier Tode und Null Progress Oh, das ist eigentlich die richtige Farbe Da, nein Da, ja Da sind wir noch nicht perfekt Aber geht schon in die richtige Richtung Ne, ich bin barfuß Sorry Hier nehmen wir das Und ich bin ein He-Hem Ich mag die Hintergrundmusik Ist gut Ich wollte schon sagen, dass ich doch schon lange nicht mehr gesehen habe, ja Ja, ich, ähm Hatte die letzten Wochen viel um die Ohren mit Drei Wochen Game Jam Ähm Hat mir ein bisschen die Energie geraubt, um regelmäßig zu streamen Aber dafür war ich auch Waren wir auch sehr erfolgreich, finde ich So, ich spiele Ich bin sehr zufrieden damit So Aber jetzt spielen wir Beastie Boy Ähm Pokémon mit Volleyball Oder, oder so Auf jeden Fall irgendein Ballsport Ähm Oh nee, das kann anbleiben Aber hier hinten sehen wir was Nein, das rennt weg Bleib doch hier Oh, die Maus brotzt nicht Hey, don't you, ähm Don't you know kids aren't supposed to be in the preserve? Well I keep Ähm, ähm, ähm Moment Hm Wo hast du schon trinken? Kannst du nicht lesen? Well, I'll give it a secret if you do, hehehe Anyway, look I found a bunch of Beasties here It's just like on TV They want to play a game with us You want to play too, don't you? Which one's on your team? Axolati Der sehr schon mal ein sehr cuter round boy Ich weiß nicht wie gut er im Sport ist, aber ich Er hat auf jeden Fall schon mein Herz gewonnen Ähm Kitschink Achso, unten steht nochmal Spirit Focused Likes to power up Kitschink Body Focused Achso Body Focused Ah, hart Focused Body Focused Likes to hit the ball Builded Mind Focused Likes Passing Was sagt ihr? Axolotelmus Ich bin ein Axoloteldingster Okay, ja, gut Wir haben... Wir nehmen Axolati City Tales Ah, okay Mit nem Handy? Ich ruf die an Mit nem Handy? Ich ruf die an Okay Ähm Power, Death Ah, okay Ähm Power, Death Was war das? Heart, Mind Und Body, ne? Also Body Power ist 9 Body Death ist 10 Heart Power ist 12 Heart Death ist 11 Und Mind Power ist 8 Und Mind Death ist 9 High Spirits Attaches are 50% stronger When Stamina is below 34 Okay Ähm Noch nicht trainiert Kein Pep Shot Und Cheer Okay Ich sag kurz Don't Recruit Weil ich will mir angucken Was die Werte sind von den anderen Aber ich will es trotzdem nehmen See Details Okay Das Sehr deutliche Abstufung Von Körper, Seele und Geist Basic Hit Nest Rush Power of Attacks are 50% stronger When Stamina is below Okay Und du bist Sehr mein Fokus Okay Also jetzt gerade unterscheiden sich die Werte noch nicht so extrem Aber wir haben hier scheinbar schon eher den Tank und Allrounder Gut Okay, okay, okay Let's go Vipassionate Fuck Humans stay off the court and act as coaches Select Axolati and choose an attack Axolati muss alleine? Nein Jetzt Sie war so, hier sind drei von diesen Dingern Du nimmst eins und ich nehm zwei und dann kämpfen wir Ja Okay Ähm Okay 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 Also Ich kann was machen Oder ich kann einfach den Ball rüber geben und den Zug fixen Und das muss ich scheinbar machen, wenn ich den Ball ankriege Äh, also abkriege, wenn der zu mir fliegt Okay 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 Dann Probieren wir halt einfach mal ein Peppshot, das klingt wie das sinnvollste Okay Those numbers are the estimates of how much damage your attack will do Okay Okay Pick a line to target Okay 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 Check that Und 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 Oh Oh, kommt mal wie er sich droht, weil er ganz power bekommen hat After a new attack, you can do a defense action Better get ready, cause now it's your turn to attack Oder our turn to the effect Ich kann mich bewegen, aber ich hab überhaupt keine Ahnung, wie ich hinbewegen soll Okay Ich glaub dann Das war eher am defense Und der Trash Okay, die können die Bälle auch zwischen sich denn nicht her Und dann sollte es mir was Oh no Ich hab mich damit verstehe Oh Oh If you let the button ball hit und defended Äh Hit an und defended area, it's an automatic loss Wow Ja, ähm Wäre cool, wenn ich genauso wie du einfach permanent 50% von einem Feld abdecken könnte, aber Ja Ja Ah, da ist er! Der Kleine! Ohhhh Der kommt mir zu Hilfe Ähm Der Dicke muss immer alleine ins Tor wie damals in der Schule Es ist fern, weil du immer die Doppel zu gut bist Naja Ich hab mich immer gerne ins Tor gestellt, denn da war es immer gut ruhig und dann müsste ich nicht rennen Ähm Tatsächlich war ich im Sport gerne in der Verteidigung Also im Fußball Allgemein Sport war nie so mein Ding, aber wenn wir Sport, äh, Fußball gespielt haben oder so Fußball ist halt wirklich einfach nur rumrennen und Ball treten und das, 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 das hat dann schon Spaß gemacht Also für mich persönlich wesentlich mehr als Basketball und Volleyball Ähm, da war Fußball noch das Einfachste Und da war ich immer gerne in der Verteidigung, weil da konnte ich die meiste Zeit einfach abwarten, während wir in der gegnerischen Spielfeldreitenhälfte rumrennen und wenn dann jemand kommt, dann muss ich mich einfach nur in den Weg stellen und das konnte ich gut Hehehe Ähm, dein VTuber-Avatar passt perfekt zum Game Ja, ne? Sportball Und die meisten Sportarten auch Anbogenschießen ist geil, na gut Ahhhh Another one Okay, do over Do over Aber fangen wir jetzt von vorne an Okay, okay, okay Du kannst dich nur bewegen Was kannst du? Kill for shot Und call out Aber sonst Nicht viel Dann enden wir mit den Fans Und hoffen Oh no Oh no Oh no Er hat Schaden bekommen Volley the ball to get it under control, then hit it back Okay, also Beesies give and take boosted damage from there at the net Try attacking from the front to do a bigger hit Okay Ich hab drei Aktionen Dann volley ich das rüber zu dem Zu, zu Spreko Attack target sideways Ich weiß nicht genau was das heißt Aber Ich kann auch nochmal rüber So Ich glaube ich schieß nochmal rüber Einfach weil ich die Option habe Und sehen will, dass ich da was machen kann Gut, gehen wir mal auf Kitschick Wieder Okay Es ist fast da Aaaaaaah Ich wollte sie wieder übersenden Okay, aber was soll ich denn wissen Wo sie angreifen Also welches Ob es jetzt schlau ist sie nach vorne zu bewegen Ich sehe dafür keinen Indikator, aber gut Und Ohohohohoho Squishy So, schicken wir ihn noch einmal zurück Und dann probieren wir mal einen careful shot Aha, okay, jetzt verstehe ich das delinieren Wenn die jetzt beide noch dahinten stehen, dann werde ich sie beide treffen Aber wenn die anderen die von Die frontal gehen, dann kann ich sie hintereinander stehen, dann treiben Sie beide treffen, okay Aber dann erledige ich mich mal Kitschick Oh no, was ist das Ha 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 Oh, ich hab gewonnen Das ist BC-Ball. BCs all love to play this. They're basically born for it. I'm Riley, by the way. I never saw another kid in the Preserve. He lived close by. Wanna watch videos with me? Wait, 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 wait. You weren't watching. I'm rewinding. See, that's how Red won the Crown Series. My family watches every year, but I've never seen a match. This epic. And did you know Red is from Rutile Town? Just like us. Ranked coaches are the coolest. And Schoch. But no, that's not the most from the sport. Sport gesehen, ähnlich wie eSports. Also, es ist kein athletischer Sport, wie Fußball oder Volleyball oder Basketball. Ja, wenn eSports Sport ist, dann ist das auch Sport. Und wenn Formel 1 Sport ist, ist das allemal Sport. Also, allerdings muss dafür der allgemeine Sportbegriff mal wieder ein bisschen neu definiert werden. Sowieso überfällig. Das ist aber kein athletischer Sport. Ich find's nice, wie dein V-Tuber aussieht wie eine Mischung aus Axe und Sprecco. Das sind seine Eltern im Game. So, wo sie jetzt sind, scheiße. Also, es gab ein Bumms und dann ist sie abgehauen. Noch mal wieder Musik. Ich denke, wir warten einfach Bier, oder? Ich hoffe, es steht bei F-Squick. Oh, dann, turn down. So, jetzt muss ich noch ein Laptop, bevor ich dann das. so wird es langweilig jetzt kommt es zurück, ganz bestimmt jetzt ist es immer ein dunkler Ruder und es regnet anfängt das Spiel handelt wahrscheinlich wie das Ludi entstanden und sie braucht noch lang allmählich ist langweilig niemand hat gelesen, was sie gesagt hat, oder? ich muss wahrscheinlich pinkeln irgendwie oder so ok, ich suche mir jetzt ein Schmetterling, den ich hinterher rennen kann oder, oder, oder oh, guck mal, ich kann auf der anderen Bank auch sitzen das bringt schon einen völlig anderen Blick auf die Dinge ich finde es cool, wie die Blätter hier so in so Kreis also in so Ellipsen sich auflösen und nicht einfach verschwinden das ist ein cleverer Effekt das ist sehr schlau ok, so cool ist die andere Bank, aber auch nicht das Kiespatz ok, so cool ist die andere Bank, aber auch nicht das Kiespatz oh no, unser BC-Ball platzt dude, das ist a BC-Ball habitat this was, was our entire childhood how could you just this is a BC-Ball league project, lady take it up with your league rep I don't know anything the BC-Ball league, lady, this is serious if it's about the league, you better go find red you're the assistant coach, he'll listen to you back in town, to the right in the BC-Ball center ok ok ballshoop weee weee constructional this is your friend can you talk some sense into her it's just league business can't do anything about it you better get in trouble if she's not out of the way soon weee weee hehehe oh nein, die ganzen Bäume 1 trade that sign wasn't here before trades are closed for construction jumping over barriers is an offense with a maximum fine of 2,000 ok okay can't you really take it out of the way? construction Heißt doch nicht Hacker oder so. Ist nur den Arbeiter angreifend. Thema Ho. Da hatte mein kleiner Bruder Tiziano, der ja auch auf dem Stream dabei ist. Wir hatten mal Minecraft gespielt und dann fragte er mich irgendwann so, wie schreibt man Ho? Und ich hatte es überhaupt nicht gechanged, dass er das Werkzeug meint. Und für einen Moment war ich so, war ich wirklich einfach nur starr und war so, oh mein Gott, warum fragt er mich das? Kann ich safe nicht das fragen? Was könnte er noch damit meinen? Was, was, was könnte... Horace? Nein. Ähm... Heißt dieses eine Werkzeug nicht so? Und dann... Meinst du die... die Spitzhacke... Ding? Ja... Ja... Okay... Leak's taken the preserve... Oh... I guess I was... It was bound to... Ain't a hotspot beast for a town we used to be. Now Rager... Just a loser town of losers. Mit der einstirne Motivufe. Das hübsch. Raymond. Problem ist auf League, nothing to worry about. The rutile Allstars used to be champs, League wouldn't mess with us. Coach Red will just come back and play a big BC-Ball match to save the preserve. It's been so long. Okay. Ehm... Hat jemand aufgepasst, als sie sagte, wo... Ehm... Wird they show up and cut down all preserve? Then they fricken... They fricken block the way out of our town. That's so unnecessary. I swear they're just trying to run. Remind me that I can jump. Ey Woody. Ich will it. I will it. Schwester. Ich kann auch nicht springen. Okay, nochmal. Hat irgendjemand aufgepasst? Oh. Ne, pass. Äh... Was sie gesagt hat... Achso, wahrscheinlich hier hoch. Ich sollte ja echt besser zu sein. Na toll. Okay, aber ich schätze, es ist das Haus da oben. Äh... Oh Junge. Hi Mama. Würdest du morgen mit uns 12 Uhr ein Crepe essen? Und uns dann zum Hauptbahnhof begleiten? Der Zug geführt um 13.03. Okay, ähm... Cool. Also ich glaube, es steht noch nichts an. Um 12. Also sollte schon gehen. Frankfort bildet. Frankfort basiert eigentlich mehr oder weniger auf... Also mein Englisch versieht auch auf Minecraft. Und mein Englisch ist wieder schlecht eigentlich. Also ich verstehe nur die Hälfte hier. Oh je. Ähm... Cook Cartoons. Ähm... Ich habe Englisch... Verstehen und Sprechen sehr gut gelernt. Dadurch, dass ich halt einfach auf Englisch-Medien geschaut habe, die... Ähm... Auf... So gesehen kinderfreundlicher Basis entwickelt wurden. Und dadurch ist es halt immer nicht so ein... Hochtrabendes und kompliziertes Englisch. Es sind sehr einfache Themen, die man einfach versteht. Und ähm... Ja, mit der Zeit kommt das sehr gut. Also... Man sagt... Ja, sowieso immer. Guck Filme und Serien und so. Aber meine ganz besondere, ähm... Empfehlung wären Cartoons, Adventure Time, Steven Universe, Gravity Falls. All sowas. Da gibt es eine Menge gute Storys. Und ähm... Mir hat das sehr geholfen. Ähm... Oh, Mann, von Rotor. Ich spiele keine Games auf Deutsch. Haha, war das richtig? Ja, was Rüdi sagt. Und wenn du Games hast, die du schon gut kennst auf Deutsch, dann stell die doch auf Englisch um. Ja, ist auch eine Musik. Bring mir erst mal mit, weil... Hey, du. Oh... Sieht besorgt aus. Oder hat das einen Grund, dass du aussiehst wie... eine 40-jährige Version von Rot? Von Red heißt? Mit 2D? Anyway... Du willst du ein Ball around? Huh? Some kind of... Eh... Some kind of Leak Project... In the Nature Reserve? Oh... That must be... Something I have no idea about. Oh... Where is Sus? Where is Sus? Okay. You obviously do. Ah, jeez. I didn't think it would happen so fast. But okay, it's true. The BCBall League is building a stadium over our treasure. I tried to protest it with them. But we don't exactly have sway in the league these days. And whose fault is that? Also... Maybe you weren't in the Champions Bank. But our league standing sucks now. And that means league does whatever it wants to us. We're in this mess cause you gave up on winning. I hate to say it, but we need a new BCBall coach. Someone fresh, exciting, who might actually try sometimes. Such as Rüdi. Rüdi? He doesn't even have beasties. The assistant coach? He's just a kid. Uh... Rüdi? We're not kids anymore. Rüdi and I grew up around beasties our entire lives. Yeah. I know we can do this. We have to try something, right? Or gab's... gab's zuschendurch... A time skip? Weil hier die Person, von der ich nicht mal weiß wie sie heißt. Achso, ne, doch, doch, das wurde gesagt. Aber ich hab's vergessen. Sieht ja anders aus. Ähm... Also ich habe damals sehr gut Deutsch gelernt, indem ich Deutsch geschaut habe mit englischen Untertiteln. Also in den meisten Games, ja. Ich schaue aber ab und zu Animes auf Original mit Untertiteln. Ich habe in Steven Universe oder so auf Englisch teils geschaut. Mach einfach Stück für Stück alles auf Englisch und dann geht das schon. Soll ich schauen, wie alt du bist? 96 Jahre. Fast die letzte lustige Sexzeit. Ja. Ähm... Ja. 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 No. Juli und ich haben unser gesamtes Leben trainiert, der zur Hölle ist die zu kommen. Oh, eine Nummer 10. Das ist ein lustiger Vogel. Warte, 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 warte. Okay. Uh, das ist was anderes. Das gibt's bei dem anderen Ding nicht. Aber einen anderen Weg kann ich nicht gehen. Okay, wir haben überall diese kleinen Viecher, die sind ganz niedlich. Dann haben wir hier immer diesen pinken Vogel und dieses Känguru Ding da drüben. Oh, hier geht's noch weiter. Da ist meine Freude! Das Beasties looks familiar in Brighton to your team. Yes. These Beasties recognize you, too. They're the same ones that played with you all those years ago. Okay. LDR. Es geht wohl, bitte. They know you're here because of the preserve. They want to team up with you. You give each of them a jersey and... New recruit! Axolati. In all den Jahren. Grad mal Level 5. Na gut. Ähm. Edit number. Okay. Ähm. Das sind wir erstmal so. Ähm. Ähm. Spackenvogel. Willkommen daheim. Okay, Job. Warum erinnert es mich irgendwie von... äh, vorher an Pokémon? Liegt das das... äh, anfangs irgendwie... An den Monster oder in Red? Äh, Trikot? Trikot. Nicht Trikjot. Äh, Trikot ist richtig. Das zweite, was du geschrieben hast. Und... Und... Ja, es ändert sich, wenn Pokémon wird's... Definitiv von Pokémon inspiriert ist. So. Das... Er hat kleine Monster und man macht Kämpfe. Sportkämpfe, aber Kämpfe. Wobei sie... sie machen sich ja sogar K.O. Also es sind schon Kämpfe. Dafür ist die Edit number. Okay. Aber Axolati darf schon die zweite Nummer eins bleiben. Das ist das okay. Ähm. Wir gehen weiter. Und Spacko. Ah, okay. Das... Ist dann... Mach nochmal die süße Pose. Machst du die nochmal? Ne. Schau. Ihr neuer Coach. Nice. Hehe. Oh! Cute. Das ist mega cute. Jetzt sind da zwei von diesen Kängurus. So. Was macht ihr... Was macht ihr, wenn ich euch mit Bällen bewerfe? Blame. Oh! Ah! Da! Da passiert jetzt. Oh! Sie passen sogar meinen Pokémon zu. Meinen... Ja! Oh! Die haben noch eins auf der Rückbank. Okay! 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 Ich muss rüberpassen. Ich muss rüberpassen. Ja! Ich muss rüberpassen. Okay! Body rüber zu Spacko. Und die haben sich schon wieder umpositioniert. Das heißt sie kann sie nicht gleichzeitig treffen. Aber den... 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 Ein... Lucky... Lucky... Ich weiß noch nicht ganz genau wie das läuft. Aber... Ich muss hier mal ein bisschen machen. Easy Receive. Nice. Wir gehen nochmal zurück zu Spacko. Und dann haust du das nochmal von links nach rechts an den Dino an. Okay. Aber dem anderen ist jetzt gar nichts passiert. Achso, wir haben schon gewonnen. Okay. Ich weiß immer noch nicht, woher ich weiß, ob sie jetzt nach vorne oder hinten gehen. Kann ich sie bewegen, während sie rüber passen? Vielleicht. Ah, okay, ich kann mich dann schon mal wieder... Ah! Ah! Ach süß, das sind Mäuse und die haben die Ohren über den Augen und da können sie durchschauen. Das ist ja mal cute. Ähm... Jeder Sportathletischer ist ein alter Kampf. Dafür gibt es auch genug Angeblings und so. Ja, zur deutlichsten. Ja. Ich hab fast komplett Haiky geguckt. Und als Kind hier dieses Captain Tsubasa und so. Ist das so? Ja, ich glaub schon. Ja, ich glaub schon. Kein Tsubasa, wo die Fußball gespielt hat. Okay, also der Ball... Kann ins Tor... äh... Oh Lo... Oh Junge... Äh... Ich dachte, meine Viecher heilen sich. So, und jetzt kann ich... Ich weiß noch nicht genau, was ich in der Situation machen kann. So, wir wollen hier rüber. Und dann gibt's Breco nochmal hier ein... Und rechts nach links. Achso, warte mal. Ich passe immer nur auf die... Und die auf deren Feld. Wärst du vielleicht schlauer auf deren Feld zu? Okay, jetzt verstehe ich das. So, wenn ich das jetzt auf die hintere Reihe mache, dann ziehe ich da hin. Aber nicht um Schaden zu machen, sondern um einen Punkt zu machen. Okay. Okay, jetzt kommt mir alles noch ein kleines bisschen willkürlich vor. Aber, ähm... Mal schauen. Ein Teufelskicker. Ich fand Sportspielen sind immer stinkleinfeilig, weil es immer dasselbe war. Oh nein, wir liegen ein Tor hinten. Und es sind nur noch 5 Sekunden zu spielen, etc. Also, jetzt auf jeden Fall, Thema Haikyuu ist das gar nicht wirklich so. Also, da werden halt manche Spiele auch ziemlich abgekürzt, wenn halt schon recht früh fest steht, dass sie das nicht gewinnen. Durch dieses Format, dass sie halt immer 2, äh, Best of 3 machen. Ähm... Machen sie es dabei auch immer ziemlich spannend. Und... Auch recht unpredictable. Das, das hat mich sehr überrascht. Weil ich natürlich auch so... Ich glaub bei den Teufelskicker war das schon so. Ähm... Warum hast du ne Nummer? Hatten die anderen von deiner Art auch ne Nummer? Ich meine nicht. Aber du hast ne Nummer. They're excited to see you have team now. But they, ähm... Don't think you're ready to play with them yet. Okay. Udi, kommst du? Danke. Hallo Armin. Herzlich willkommen. Ähm... Bei den meisten ist es auch so, aber bei Haikyuu weiß nicht wie es geschrieben wird. War cool. Also geht es eher um Freundschaft und um andere Sachen. Ja, das geht's meistens sowieso. Aber das ist dann halt immer so der... Bannungshöherpunkt, wenn sie in dem Game sind. Aber sie, sie machen das schon recht gut. Metaphorisch. Auf... Diversen Meta-Ebenen. Ähm... So you actually pull the team together. Guess there's no turning back now. Oh, aber meine Dinge sind nicht geheilt. Being the coach of this town was my dream come true. Okay. If you really want to take that from me. What? Guess I'll see you in there. Ähm... Oh. Oh. Damit wird das nicht gewesen sein. Wie komme ich denn... Ah, da. Ne, die sind nicht geheilt. Dann muss ich jetzt mein... mein ganzes Geld... bei diesem Dude ausgeben. Where is the deal? Something wrong with your bed? In the Beastie Boys Center. Well, if you want to. Oh, ich habe ein Bett im Beastie Boys Center. Alles klar. Haha. IQ Pokémon. Okay, wo ist mein Bett? Das ist ein Fahrstuhl. Ähm... Down to begin, ja. Up to my room. Okay. Schick. Red has let you stay in the storage area for all these... in the years you've been assistant coach. Which up until recently never included coaching even one actual Beastie. And also isn't a real job title in the league. But Red made it up, so you could be one. There's plenty of weird about... There's plenty weird about living here, but you get used to it. Äh... Es muss nicht weird sein, wenn die nicht sagt, dass es weird ist. Okay. Hehehe. Das ist ein süßes Gimmick. So. So sonst kann man hier aber darf ich nicht mehr machen. Woody. All those... All those Beasties from the day we met. That rules. I hope you annihilate Red with the power of friendship. But before you do that... Your team is restarted... Oh, come on. I give your Beastie Streets any chance you give me. Take that service elevator down, when you're ready. Okay. Don't begin match. Even if you lose a ranked match, the story will continue and you won't lose the game progress. Once you go into the docker room, you can turn back or change your line up. Ready to begin? Ja. Also, if you change, I can't do it. See, see, see. I thought I should chill. The thought of the troll outside is making them nervous. They hope they can do this. It looks like they're cheering up a bit, but with emotion. I assume they're okay. They seem to say that they're fine. Okay. They're just feeling emotional for some reason. Oh, yeah. My Pokemon have emotions. They haven't yet. 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 No. I think that's the last card. I think that's the last card. So, the two of them have the main menu. I think they can have. Okay. 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 Ah, I think that's the last card. I'll be able to hit this one. What is that for a bad one? Level 50 I know my team levels might look scary But bcboy is about More than just two As long as In fact you can win some games Without the unique damage I'll show you Oh bia 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 Hier sagt Guck mal Ich mach dich fertig Ohne dass ich überhaupt Schaden bekomme Dass du überhaupt Schaden bekommst Aha, easy receive So here's the secret If you target any attack At an empty lane Boom You win the point automatically Okay, also dann ist jetzt Das an der Komme ich gewonnen Läbi auf Awww And a new play Excited pass Ist echt süß Kannst du generell so duschen in der private Ja, ich brauche es Ähm Warum kann ich es nicht vorliegen Achso, weil sie wieder Anschlag Na ja Machen Ah, okay Stamina ist glaube ich dann das Leben Ist gar nicht so direkt Leben Sondern Ausdauer Und dann schlägt sie nicht Oh, was passiert jetzt Okay, okay Okay, also Ich schade los Und dann schade die Sagen Uh, direkt dar zu Und dann schade Okay, dann machen wir das. Nooo. Okay, aber ich begreife das Kampfsystem noch nicht so ganz, weil mir das ein bisschen zu leicht erscheinen. Und so, entweder ein Gegner muss das PC K.O. machen oder einen Punkt machen ist schon das Spiel gewonnen. Ich bin Rang 1707. Stimmt. Hi Honey, du wäschst mir doch mit Duschen zu gucken. Deswegen ist mein Lieblingsschwimmbad freiweit auch das, was hier bei mir um die Ecke ist. Nicht weil es nahe, sondern weil die Duschen haben mit Milchglas-Trennen, das ist angenehm. Ja, ohne Privatsphäre ist es auch langweilig und zu einfach. Ne, Privatsphäre sind auch nicht mein Fall. Alles wo man mehr Haut von mir sieht als meine Finger spritzt in meinem Gesicht ist nicht mein Fall. Wenn man sich... Ja, er hat erarbeitet, hat es. Das ist gut, jemand bei Duschen zu stoppen. Okay. This is officially... This officially makes you the head PC-Ball-Coach of RUTAL. I think that means you're sponsored? Uh. Ich weiß... Ich weiß, wer mich sponsort. Allein heute. Sponsoren mich zu Ren und Ari. New Sponsor. RUTAL Town Board. Plus A. You're now sponsored by the RUTAL Town Board. You'll be sent some money any time you win a game. Additionally, any costs of your railhouse stays and transits will be covered. So cool, but kinda scary. Beastie Boy won't be for fun anymore. I don't really know what all this means, but... And what's gonna happen. But whatever does happen, I'm behind you all the way. Well, there would ain't a new coach. Suck it, loser. Did you let me win? Who won or lost is... It doesn't matter. Beastie Boy used to be fun. Whatever it is now, ain't for me anymore. You have no idea what you do in your photo, yeah? Das denken sich diese... Eigentlich bin ich auch sehr freizügiger Mensch, weil... Aber bei Unkleide und Duschen ist meine Ruhe. Bei Unkleide ist es auch eher so Lala-wichtig. Duschen auf jeden Fall Privatsphäre dazu. Entspannung, eh. Und... Und... You ever watch sports anime? I don't believe in anime. Was ist so? Ihr könnt ja die Antwortoption nicht sehen. Äh... Es lässt sich mich nicht... Es lässt sich mich nicht... Äh... Kann... 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 Äh... Äh... Nein... Weiter will's nicht. Okay. Sorry, aber der letzte Option ist einfach... I don't believe in anime. Okay. Ehm... You ever watch sports anime? Ja. Ich hab's vorhin erst zugegeben. But then you know what's coming. The league is teaming with skilled coaches, all vying to raise their rank. But if you want to stop the Rutai Stadium project, you'll need to really get the league's attention. And that means qualifying for the Crow Series. The Crowns... Eh... So Crown... Crown Series. The Champions Tournament for only the top 50 coaches. You have to go out and beat some big names to get there. Ranked coaches have been added to your map. Go defeat them. Erase your ranking. That's an intriguing setup, not gonna lie. Also das... 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 Habe ich Bock drauf. Charlie has no new demos. Even if you do everything right, the chances of this working are... Well... Whatever. It's your life. Check these with you. No matzoi jerseys. Those would be the last ones you get for free. Good luck at that. You'll need it. That's the end of the demo. Thank you for playing. When the full game releases, you'll be able to continue from this save time. For now, feel free to continue exploring the demo area and playing with nearby beasties. We also get a regular newsletter for dev updates. I'll see you next time. I'll follow the people on Twitter. I'll see you next time. I'll see you next time. I'll see you next time. Bye bye. You can't go any further in the demo. Oh my god, I can't go any further in the demo. Hahaha Are you by any chance a beastie boy coach? Ah, hi, I work with the beastie research society Your biologist will study all sorts of cool beastie stuff I say we, but I'm still a student Anyway, one of the goals of the BRS is to partner with coaches after all beasties only show the truth potential in sports So we kind of need you. Can you do me a favor? I wanted you to start a match with one of the beasties here So I can see Okay, let's do it right now. I'm going to run over there over there Oh no, he's angry because he has a angry face Okay, now he does Was that, was that, was that? Was that a traurig face? Yeah, okay Oh nooo! Wegen dem Kran! Willst du uns auch noch was sagen? Du bist scheinbar großer Fan von diesen, diesen Pilzen Ich bin gerade auch sehr freizügig angezogen während ich dem Stream show Ich liege seit 21 dem Press im Bett und während ich dem Stream show Und wenn ich alle 800 Jahre selber streame, ich auch sehr freizügig Ich bin nur noch 50%er Werte Tokens für Schocko Grinden Aha Ähm Oh mein Gott, das kenn ich nicht Being a Ranked Coach means other Coach Beasts will want to challenge you If you want to pass through here, you'll have to win a match Other Coach Beasts Also sind das jetzt die, die Viecher von jemand anderem Die aber jetzt Hier draußen unterwegs sind und nicht mehr Spielen Even one boost makes a big difference But they're aware of when a Beastie checks out or when the point ends Oh damn Oh damn So Ähm Ah, excited Oh, ist okay Gehen wir nochmal daauf Und dann machen wir einen careful Shot Cool Ah nee, ich werde eigentlich nicht hin Warum ist bei ihm alles klar? Was macht er? Ah, ich kann Auto Mode machen Okay So, ein Bonus ist scheint Ah, ich habe nicht genau was das heißt Ah, okay Jetzt verstehe ich auch das äh In den Einstellungen gab es eine Auktion Wo ich das alles ein kleines bisschen beschleunigen konnte Ah, du kannst heilen, das ist nice Und dann gibt es wahrscheinlich nicht so lange Polen zwischen den Auktionen Aber ich denke für den Anfang ist das noch ganz praktisch Aber ich denke für den Anfang ist das noch ganz praktisch Aber ich denke für den Anfang ist das noch ganz praktisch Oh mein Gott, wie sieht es denn voll betröppelt aussieht Weil es... Haha Okay, ich glaube wir haben jetzt das erstmal so einen richtigen Ernst gehabt Wie es guckt Tja Und? Ähm Achso, ich krieg dafür Geld? Ich krieg dafür Geld, dass mich irgend so ein Familien auf der Straße angesprochen hat Und gegen wen ich spielen wollte und ich es fertig gemacht habe? Okay, ich dachte ich muss schon wirklich gegen andere menschliche Coaches Strackle und Axelelty are getting inspired by each other They want to help each other succeed Ah stimmt genau Und das Spiel hat so eine Mechanik, dass deine Teammitglieder auch irgendwelche Synergien zueinander Oder teilweise auch sich einfach nicht leiden können Also ich glaube das geht beides Das heißt, dass du halt einfach dann zwei Menschen im Team zusammen benutzen kannst Weil sie sich einfach auf den Tod hassen Oder vielleicht ist es auch eher so, dass es dann... Äh, sie dann noch mehr anspornt Ähm Besser als der jeweils andere zu sein Aber ich durfte das Ding jetzt nicht... Uh, das ist anders Ne, das ist anders Uh, ist anders Aaaa Zins, die Demos Aber noch Jetzt fieße gern... Also es sind zwei mit rot und eins mit orange Wie kann ich denn die rekrutieren? Sie können jetzt comboen. Ally Field get's 6 Rhythme. Healing and protecting. Heals negative feelings from Active Team. Heals Active Team. Okay, probier's einfach mal. Auch wenn ich glaube, dass wir's noch nicht so sehr brauchen. Woah, besties! Das Spiel ist schon mega cute. Oh scheiße, you should try to use all 3 actions as often as possible. Be busy so don't have the ball can you support actions too. Ah, okay. Dann lusse ich mal dein combo off. Und dann passt du noch mal rüber. Und dann... Ah okay, die combo ist grad nicht so und zwar. Hör das! Duoshot? Update, lass deadly! ?? Duoshot nicht so weit aus! Ähm, shifts targeted front row after hitting. Ah, ok. Ähm. Aber erstmal Callout weg. Oh, warte ist die Attacke jetzt ganz weg oder kann ich sie später wieder hinmachen? Und dafür krieg ich auch Geld. Ok, ich krieg scheinbar Geld für alles, aber wie kann ich denen mein Jersey geben? Das, das wurde mir irgendwie noch nicht so... Gucken wir mal was im Automode passiert. Ja. Oh, warte ist es. Hahaha. Ok, sie haben gerade irgendwelche lustigen Fähigkeiten gemacht, indem sie sich ausgewechselt haben. Die nächste Leute geht nach vorne. Ah, der Herbert war's in Nau... Oh, den 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 den... Ich finde, ein Block ist ein Temporary Stabilis-Effekt, der kann... Oh mein Gott, habt ihr das Gesicht gesehen? Okay, also ich krieg Geld dafür, wenn ich Tiere verprügel. Oh, ich sollte ja Beef mit denen um sie herum anfangen. Genau, das hat sie sich ja noch gewünscht. Ehm, hier, du. Oh, yes, 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 I watch it from over here. But before you get started, download this to your phone. You installed the BCP-Dial. That widget is super useful. You'll see once you play a bit. Okay. Ehm, genau, man kommt ab hier an. Oh, okay. The BCP-Dial automatically collects research on VCs just by playing them with them. And when you fill up a BC's research meter, you'll reveal your recruit option. Ah, okay, a BC's recruit option tells you what to do to make them want to join you. That's how you can grow your team. Ah, okay, also ich geh auch nicht einfach zu denen hin und sag so, hier, wir zu diesen komischen Lappen. Ich muss nicht sagen, ja, sondern, okay, ich muss noch was tun, was sie cool finden erst. Das ist auch ganz cool. Ähm, oder was kannst du, du kannst auch chillen. Dann geht's auch nicht mehr. Okay, ich bin raus. Okay, ich bin raus. Okay. 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 Geld für die Reisearchung auf B.C.'s Nice. Ich bin nicht zu geben Sponsorscherps aus, aber ich weiß nicht, dass ich ein guter Gefühl habe. Also, ich sollte sagen, dass du nicht Ihr B.C.-P.D. jetzt. Ich denke, wenn du wirklich hart bist, kannst du Reisearchung auf 6 B.C. Aber das ist alles, was du mit dem Demo machen kannst. Okay. Also, ich will auf jeden Fall einmal eins rekruten. Aber ich wollte dafür in das Gebiet da oben nochmal gehen. Und dann kann ich mal den Chat lesen. Ähm. Imagine, deine Pokémon klauen dir Geld und beginnen Passanten anzupöbeln und dein Geld zu verspielen. Ähm. Ich krieg das Geld ja nicht von den Pokémon. Also, das hier ist hier ganz clever gemacht. Sondern ich krieg das Geld, weil das Video davon, wie ich die Tiere vermöbel, scheinbar online gepostet wird. Wo dann Leute das gucken können und Werbung schauen und ähm. Ähm. So verdiene ich Geld damit. Das ist auf jeden Fall, wie ich dieses Sponsoring verstehe. Äh. Ich muss jetzt leider weg. Also hoffentlich sieht man sich schnell wieder. Und nicht sterben. Ja. Heute erstmal nicht. Ich hab noch massiven Muskelkater vom letzten Mal. Es ist richtig schlimm. Wo ist das mit dem Trikot? Da. Ja. Komm her. Ja. Mit der Trikotnummer. You serve. Wahrscheinlich, wenn man die rekrutiert, dann haben die diese Nummer und wollen die auch dann wahrscheinlich auch behalten. Auf jeden Fall, dann gehen wir zurück. Und was heißt Noah? Okay. Okay. Dann... Okay. Ähm... Was hier? Okay, dann noch mehr. Excited Paum. Und sie sind nicht mehr auf einer Lane. Ich dachte irgendwie noch, sie wären auf einer Lane, aber trotzdem. Ich sollte ja so hart sie mich wegklatschen können. Okay. Okay. To recruit, land a free point. Okay. Their semi-transparent ears shield their eyes from wind as they fly. They feel in the safest and large groups, especially with watchful Saffron. Also Saffron waren Lois diese großen Langbeidingenvögel. So, nächste Runde. Ähm... Wie hätte das denn für die jetzt keine Niederlage sein können? Okay, aber... Okay, aber... Ja, komm mal. Ähm... Ja, ja, Saffron ist das andere. Aha, okay. Und vorne und hinten heißt ja mehr Schaden und mehr... BAM. Also mit mehr Schaden verursachen und mehr Schaden bewirken. Excited Pass. Dann roll ich das nochmal zurück. Und dann abschotten wir... Rookie weg. Achso, damit ist das Match ja schon vorbei. Okay. Defeat two pieces, collect two research. Nice. Okay. Hoin, 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 hoin. Ich würde gerne an einen neuen Punkt kommen. Obwohl. Machen wir mal nicht. Ähm... Das mit den... Drei Moves. Das wird schwierig. Bevor der Kampf vorbei ist. Würfe. Ja, gut. Er kann nur noch rüber! Okay. Wissen geht, Wissen. Das war's für heute. die drei Bewegungen draus haben. Und dann sollten wir, wenn wir gewonnen haben, zu hoffen, dass... Ja, da. Okay, nice. Das sagt dir sogar, wenn ich mich da verstehe. Dann kommen wir rüber zu dir. Und dann gibt's nochmal Pepshot of Zephyrin. Okay. Das Zephyrin will sein. Siege victory. Okay, das Zephyrin wants to join your team. Ja. Komm her. Nice. Details. Okay. Basic attack, shift active team up to front row. Okay. Continue. If your party is low on stamina, continuing forward can be difficult. You always use your map, you can always use your map, the Y button, to quickly travel to any warehouse where you can hear. Outside of games, you can also hear your BCs using certain items. Okay. Okay. Ah, weil... weil's jetzt... weil's... weil's... weil's komplett K.O. ist. Oh no. Okay. Epsilon. Und dann kann ich ja schon mal auch bei dir, Cesar, deine Kosten wenn der Perfect Ring, ja, stay is here from now on, so don't need to worry about money with us. Okay. Ja, der Team auch fully restored. Nice. Also abgesehen davon, dass scheinbar in dieser Welt Tiere, alle Tiere einen Sport entwickelt haben, den sie alle spielen, ähm... ist eigentlich das Setting von dem ganzen Spiel ganz stimmig. Es ist... es wird alles so, als würde es Sinn machen. So, es gibt so eine... sehr populäre Sportliga, man wird gesponsort. Es macht Sinn, wo dein Geld herkommt. Äh... es macht Sinn, wo dein... Geld hingeht. Weiß ich noch nicht. Wird sich zeigen. So... Dieses... die Sponsoring System, dass ihr wahrscheinlich mit der Zeit immer mehr Geld bekommen, wenn immer mehr Leute mich sponsoren, und dass es halt so irgendwelche Liga gibt, wo ich im Rang aufsteigen kann, Grey Story... ... stelle ich mir gut vor. Also habe ich Bock drauf, wenn's... Ich weiß grad nicht, ob's schon draußen ist, könnte es sein. Aber irgendwann das zu spielen, ernsthaft, fände ich geil. Ähm... Was war's? Ja... Ähm... Das schiebt beide nach vorne, um dann selbst noch hinten zu gehen. Ja gut. Ok, ein... zweiter Pass. Ich greife mal hinten an, um... In der Hoffnung, wir sind nur ein Rookie zu werden. Okay, so. So, die zweite Pass. Dann vollehen wir zurück. Und dann... der Klockenliluvi. Research complete. Okay, nice. Es braucht mehr. To recruit, you have plus two support players. Only unnumbered BCs are recruitable. Okay, nein. Gut. Dann, was ich vorhin gesagt habe, wenn man die mit den Nummern recruiten will, dass sie die dann behalten wollen. Ne, man kann sie scheinbar gar nicht recruiten. Aber ist auch okay. Ah okay, sie sind scheinbar Supporter. Das war eins. Das war jetzt ein Vorfeld. Ich kann das. Das war jetzt ein Vorfeld. Ich kann das. ein Blat Macedon Oder Ein Grünst! Na. Okay, Excited Pass ist keine Sofortfähigkeit. Da hätte ich Ausklicken. Okay, ich habe den Excited Pass und dann mache ich den Tier. Und dann habe ich noch einen Carefree Shot of Session. Ich glaube ich brauche noch eine an sofort viel Freude. Ich habe den Excited Pass. Nach dem Tier. Das ist ein anderer, was wir noch haben. Ich habe noch einen Freeball rein. Oh Gott. Ah, okay. Scheinbar kommt das doch nur am Ende. Ja, komm mit. Er flugt die HLZ. Ah, okay. Das ist cool. Also ich glaube das ist cool. Ich stelle mir das sehr gut vor. Okay. Nice. Damit haben wir glaube ich den Großteil von der Demo hier aus gekostet. Ich glaube da kommt nicht mehr zu viel. Wir gehen nochmal zurück in den Ort. Oh, da kann ich bei dir Jerseys kaufen. Ah, okay. Stinky Spray. Stinky Spray. Okay, holen wir uns noch ein Jerseys. Weil ich mir eins von diesen Liegeldingern. Diesen kleinen Moin. Ähm. Aber dafür muss ich einen Freeshot bei denen landen. Ja, komm her. Ja, komm her. Oh, die Junge jetzt kann ich teilweise one shoten. Okay. An easy receive is a weak hit, that doesn't need to be followed. That leaves extra actions for you, your ally, to use support place before you attack. Okay. Aber. Ich will das volleen. Und dann hier rein rein. Okay. Das sollte mir doch wohl geschenkt. Ein Zufall sein, dass sie ausgerechnet jetzt so weit mir aus dem Weg gehen, dass ich safe den Catch bekomme. Aber hier. Letztlich bekomme Team Sugar. Oder. Ah, ich glaube jetzt ein Show Guard leider ist. Ja. Aber. Jetzt haben wir glaube ich das ganze Spiel ausgekostet. Also die ganze Demo. Schauen wir mal. Positioning ist key in Glee's PC Boy. Wenn ein BC goes to the net, der Attacks do 1.5x damage, aber die Attack 1.5x damage, aber auch. Still, Don't be afraid of the net. You can always move up to attack during offense, then move back during defense. And here is the secret. If we put one BC directly behind, another one at the front, the one at the front gets boosted in defense. that trick could save your life, but it leaves the lane empty. Ah, okay. Das ist auch interessant zu wissen. Don't luck on your adventure, Rudi. Which way do you think you'll go first? North of the field towards Mythwood, there is Cass and the raging blazes, but to the south, towards the sea, there is Riven and the Mythic Dreamers. Either of those seem like good teams to start with. Uh, yes, for Doros Enix. Oh, Du is here? Construction mode. The reserve clearing project halted, but not canceled. So I'm just awkwardly here right now. This town's a mess. But I guess I'm gonna make myself comfortable. You want my advice on BCBall? Haha. Nee, fast schon. Wow, a rare sight. Rutile Nature Preserve. The rock garden before you is a scale model of the nature reserve, which you can enter just ahead. This nature reserve is a vital BC habitat, and it has been maintained for generations, with minimal human intervention. We thank you for treating the land respectfully. Throughout the preserve, you'll find many rarely seen BCs. They are safe to observe, and will tend to ignore humans. However, take care when picking any black or white ball mushroom scattered around. Some BCs might take this as an invitation to play BCBall. Only trained coaches should engage in BCBall activities. Sprecco and Big Tertia are one of the rarest species you might find in the prison. That's because they are an indigenous species. Sprecco have sticky bodies and pick up forest detritus. as they move around. Different Sprecco prefer to collect different berries. You can tell which is their favorite, but which is stuck to the tail. Most berries they collect are for eating, but they are also known to plant some, making them nature's own little gardeners. Remember to pick up off by yourself. Okay, now we have something new about our Sprecco. Oh, so. Okay, here are many people. So, now I will show you a little bit where I can send you someone. Live is, where it's worth it. I will show you a little bit. I will show you a little bit. Okay. Okay. Ehm. 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 engagend zu streamen. Auch wenn ich es ständig tue, aber das mache ich ja für gewöhnlich im Friendlog Format oder zuletzt im Blind Format, wo ich nichts gewinnen habe, aber dann schon. Aber ja, ich sag jetzt erstmal schönen Abend noch, hat mir Spaß gemacht. Und viel Spaß bei Dunningthorpe mit Valorant. Es geht gleich rüber. Ich beende mal das Spiel. Save. Game saved. Und... Quid. Okay. Gut, dann... wir sehen uns die Tage. Donnerstag ist... streamen wir wieder ... und... ... ...